Eigentlich kann man bei mir davon ausgehen, wenn man irgendwie mit mir eine emotionale Bindung eingeht, dass man auch in irgendwelchen Songs verarbeitet wird. Das ist halt einfach so, weil ich ja so krass aus meinem eigenen Leben erzähle immer und für mich selber ja auch schreibe, weil ich Sachen verarbeiten möchte und muss. Die Leute, die darin vorkommen, die müssen irgendwie damit umgehen, glaube ich. Ich glaube, ich fände es irgendwie witzig, wenn ich in einem Lied vorkommen würde. Wenn Shawn Mendes jetzt über mich ein Lied schreiben würde, das fände ich auch gut. Amen.